Auf geht's! Auf geht's! Schöne Reise! Tschüss! Dann gehen wir uns schon mal direkt im Viertel hier. Auf geht's! Ja, ja, ob rot, blond oder braun. Alles klar, wählen wir manchmal wieder die schönste Frau in der Kiste hier. Wir können nur eine wählen, nicht alle. Ich weiß, dass hier alles schön bleibt. Warum sag ich ja immer, rot, blond oder braun, wir fahren hier alle schöne Frauen. So, freuen wir uns für die nächste Reise hier oben schon die Chips genutzt. Auf geht's! So, dann schauen wir mal, wen könnten wir denn da wählen? Ja, ihr müsst mir was bieten, damit ich wähle. Aber, aber Licht mache ich jetzt nicht aus. Ich sehe hier so zwei Stück, ich kann mich nicht entscheiden. Alles klar, ihr habt gewonnen, ich kann mich nicht entscheiden. Alle, beide sind die Chipsen sechs. Herzlichen Glückwunsch! Vorsicht, der Postbote kommt! Alles klar, Freunde, wie schaut's aus? Geht's noch? Wollt ihr noch eine Runde? Habt ihr euch das gut überwischt? Alles klar, Freunde, wir haben hier noch eine Runde am Ratschen. Alles klar, Freunde, wir haben hier noch eine Runde am Ratschen. So, Freunde, wer jetzt noch dabei sein will, zusteigen hier. Auf geht's! Und wie gesagt, versprochen, wir werden nächstes Jahr wieder hier sein. So, Freunde, die Arme noch mal nach oben. Und jetzt möchte ich ein Dankeschön hören. Dankeschön! Alles klar, Finale! So, die Kopf eingezogen, Deckel zu und Tschüss! So, ihr habt's geschafft! Wir halten! So, für die nächste Reise hier oben in der Kasselrecht, die Chips sind wir gelöst. So, jetzt wieder dabei sein, anschließend bitte! So, jetzt möchte ich jetzt noch mal ausgehen. Bis zum nächsten Mal.